Liebe Zuschauer vom Fernsehpunkt Berlin, der FFB ist unterwegs in der Mark Brandenburg, dieses Mal in Pritzvalk. Wir haben schon die ersten Eindrücke gewonnen, ganz nett, die Kleinstadt in der Prignitz und natürlich wie immer gibt es den Film im Anschluss. Ich sage nur kommentieren und abonnieren natürlich und ein Like hinterlassen, das wäre natürlich super. Bis demnächst. Ciao.